Hey, 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 hey. Faltes Interfuss. Hallo Menschen, äh, bon jo zu einer neuen Folge Mega Crap. Heute war es eine ziemlich dumme Idee, was ziemlich viel von, äh, sehr vielen Haaren, die hier tatsächlich dranhängen, beinhaltet. Im anderen steht, ich hab heute mein Gesicht gecrept ein bisschen. Äh, die Aufnahme ist total versponnen und im ersten Teil, da sieht man zum Glück noch nicht, wie ich mir das Gesicht tape. Von daher, alles cool. ist leider die Facecam irgendwie ausgefallen. Wollte ich euch nur mal sagen. Also von daher seht ihr jetzt gleich noch, wie ich mir mein Gesicht tape. Ich zeig euch mal kurz, was bis dato passiert ist ohne Facecam. So ein Streifen ins Gesicht klebt, wenn man bei so einem harten Spielfeld schlägt und deswegen dachte ich, ich mach das auch, aber ich hab keinen Teser, ich hab nur Kreppband. Okay, so, warum bin ich im Back gekommen? Alles klar, okay, also so rennt man. Äh, lag, Matsch, oder? Da kommt ein SMS in der Aufnahme. Geht doch im Sex. Jetzt, warum lag denn das so? Liegt das hier dran? Warte, ich mach mal kurz, hier kann man die Quality runter machen. Quality, lau, Digga. Oh, okay. Kein Scheiß, warum lag das so? Verstehe ich nicht. Warum lag das so? Okay, minimal laggy, kann man auch einfach mal so sagen. Ja, genau, weil das einfach, oh, das laggt so kacke. Was ist denn los mit dem Game, ey? Und jetzt würde ich sagen, hüpfen wir mal kurz rein, nachdem der Lag aufgehört hat. Und alles war übelst stressig heute. Also, Explosion und so, ey. Also, wie wir, yeah, yeah. Ich hab da schon ein Tape-Ding im Gesicht, aber, tschüss. Lass ein Like damit gefällt, tschüss. So, probieren wir es nochmal jetzt hier, einmal nach einem kurzen Neustart. Es ist unmöglich zu spielen, es ist unmöglich zu spielen, es ist unmöglich zu spielen. So, jetzt bin ich, äh, perfekt mal reingekommen. Ich hab mir jetzt gerade hier so ein bisschen das Spiel gefixt. Okay, warte, äh, da wieder, im Prinzip genau das gleiche wie gerade eben. So. Nein! Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, dass man mich nur sehen kann. Alles definitiv im Bereich des Guten. Okay, warte, ich war jetzt noch nicht ganz drin. Das nehme ich jetzt als Z nicht. Nein! Okay, warte, p, 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 p. Ich will mal einfach hier ein bisschen, oh, meine Augenbrauen, Alter, wenn die nicht, wenn die abkommen. Dann sehe ich aus wie David Guetta. Oh Gott. Nein! Ich dachte, das wäre eine gute Idee! Geh mal für die Nase, geh mal für die Nase, geh mal für die Nase. Lass mal sagen, drei Versuche pro Level, dann muss ich irgendwie schaffen, weil sonst wäre das ja voll doof. Man sieht es, glaube ich, gar nicht, aber mein... Also, ich habe auf jeden Fall jetzt so ein leichtes Lisp-Bilm. Nein! Okay, warte, ich muss das Level jetzt irgendwie mal schaffen. Oh, das tut so weh an der Nase, ne? Zack! Okay, gut, nächstes Level. Jetzt zählt wieder alles. Oh Gott, da kommt ein Laserstrahl noch dazu. Wie soll ich denn den Laserstrahl schaffen? Warte, haben wir? Haben wir? Beim first try! Oh Gott, 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 first try. Okay, warte. Haben wir? Haben wir? Haben wir? Oh mein Gott, first try! Okay, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Oh Gott, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Erstmal die Bomben abgelaufen. Okay. Nicht stehen bleiben. No fucking way werde ich das niemals schaffen. Okay. Der bleibt, bleibt von, komm, Tor! Shit, okay, oh shit, ich bin so irgendwie schon zweimal, dreimal gestorben. Ich komm doch gar nicht mehr mit Ich esse einfach eins So Bisschen fester Ist auch okay Oh mein Nase tut schrecklich weh Gut ich glaube das kompensiert für zwei Nichts zu spannend machen Wie komm ich jetzt da hin Gut Nein da war ein Seil Ich hab den Laser nicht Das Haar vielleicht Hier so Das ist dann so in die Haare Das ist ne tolle Idee Traumfrau steht vor der Tür Steht vor der Tür Das ist ne tolle Idee Aua Mein Barthage ist Nein ich hab schon Ich hab nicht sehr direkt wieder sterben So Okay Leute Das ist Ne gute Idee Ich hab einfach dann immer weiter Alles rum hinfühlen Okay Ich hab ja gesagt dreimal in einem Level darf ich nur tapen Weil es sonst zu viel wird Ich glaub dreimal tapen in einem Level war auch zu viel Das ist einfach nicht richtig Ich kann das gar nicht mehr kompensieren Ich glaub ich sollte öfter so Sachen machen Hallo Ich hätte gerne die Pizza Fungi Wenn es euch andersweise gefallen hat Auch wenn es irgendwie am Anfang bisschen geleckt hat Lass mal einen Daumen nach oben da Das ist einfach Der fure Wahnsinn sag ich euch Ich kann Nirgendwo empfehlen Ich würd's immer wieder machen Äh War ne tolle Idee Okay Lass doch mal ein Like da wenn es euch gefallen hat Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder Eure Stormwaffe Aber es tut alles weh Ich will das auch machen Oh Warte Oh fuck Oh fuck Oh 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 Was für ne dumme Dumme Idee Oh Oh So viel Schmerz Oh Die Haare Oh Oh Ach ja das stören Ha 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 Vielen Dank.